25.09.2024, wir befinden uns im dritten Jahr und davon Tag 215 des Ukraine-Krieges. Herzlich Willkommen, ich begrüße Sie zum täglichen Lagebericht. Bei Kursk und bei Kharkiv geht nichts mehr voran, weder die Russen noch die Ukrainer schaffen es Geländegewinne zu verzeichnen, weshalb hier alles beim Alten bleibt. Heute gab es allgemein sehr wenige Geländegewinne, dafür aber das ein oder andere Interessante hinter der Front. Vor allem die Schlacht um Wohledar wird sehr interessant, denn diese werden wir heute genauso wie auch die letzten Tage wieder im Video behandeln. Also, los geht's. Wollen Sie gleich einmal etwas ziemlich Bizarres sehen? Das ist so ziemlich das Interessanteste oder das Komischste, was ich in dieser Woche gesehen habe. Denn das hier ist eine russische Schala-Drohne, die in letzter Zeit sehr oft von ukrainischen Drohnen im Flug gerammt wurde und danach zum Absturz gebracht wurde. Da sich diese Drohnen logischerweise nicht wehren können und auch keine anderen Drohnen, ich sag jetzt mal als Geleitschutz mitfliegen, um vor ukrainischen Drohnen zu schützen, haben die Russen angefangen Sprüche drauf zu schreiben. So etwas wie, wer die Drohne hier abschießt oder rammt, ist gay. Naja, auf jeden Fall gibt es auch ein neues Video und jetzt wird es richtig abgedreht, denn hier haben sie einfach angefangen, die ukrainische Kokare aufzumalen und noch dazu ein Balkenkreuz, wie damals bei der Wehrmacht, weil die Ukrainer laut den Russen ja alles Nazis sind. Ich kann einfach nicht mehr. Wenn ich sowas sehe, dann weiß ich auch gar nicht, wie man auf so eine Idee kommt, um eine Drohne zu schützen. Aber Not macht erfinderisch und somit schauen wir weiter an den ehemaligen Hauptangriff der russischen Streitkräfte. Und zwar befinden wir uns hier im Sektor bei Pokrovski. Da fiel das Dörfchen Krutjaya an die russischen Streitkräfte, was einen Rückschlag für die ukrainischen Verteidiger darstellt. Damit haben die Russen eine von drei wichtigen Ortschaften einer stark umkämpften Zone erobert, die seit Wochen im Fokus intensiver Gefechte steht. Der Verlust könnte die ukrainischen Verteidigungslinien in diesem Sektor weiter destabilisieren und den russischen Truppen ein Ausgangspunkt für weitere Angriffe in Richtung der verbleibenden zwei Ortschaften und somit auch nach Pokrovski bieten. Mit der Einnahme dieser Position sichern sich die Russen nicht nur Geländegewinne, sondern auch eine bessere Ausgangslage für die Versorgung ihrer Truppen in diesem Sektor. Der Druck auf die benachbarten Dörfer und umliegenden Gebiete dürfte sich dadurch weiter erhöhen, was für die ukrainischen Einheiten eine zunehmend schwierige Verteidigungssituation schafft. Sollten die Russen weiterhin in dieser Zone vorrücken können und auch die verbleibenden Ortschaften erobern, droht den ukrainischen Verteidigern in diesem Frontaufschnitt ein ernsthaftes Problem, da dann der Weg in das Südviertel von Myrnorad offen stehen würde. Das würde sich dann wiederum auf die breite Frontlage negativ auswirken, denn mit dem wachsenden Einfluss in der Nachbarstadt können die Russen eine weitere vorgeschobene Stellung schaffen, die sich sehr gut versorgen lässt, als auch gut verteidigen lässt. Also auch der Verlust von kleinen Dörfern zeigt, wie entscheidend diese sind, da sie unmittelbaren Einfluss auf weitere in der Zukunft liegende Gefechte haben. Kommen wir kurz zum Thema Politik. Aktuell findet die UN-Generalversammlung in New York statt, bei der unter anderem auch über ein Ende des Ukraine-Krieges debattiert wird. Der ukrainische Präsident ist dabei ebenfalls vertreten und hat sogar einen eigenen Friedensplan angefertigt, den er dem US-amerikanischen Präsidenten vorlegen möchte. Konkretes gibt es dazu aber noch nicht, jedoch soll es sich ersten Angaben nach um eine Ergänzung der 10-Punkte-Friedensformel handeln, die bereits im Jahr 2022 einmal vorgestellt wurde. Dieser soll sich auch von Chinas Friedensplan stark unterscheiden, da die Ukraine beispielsweise alle Lösungen ablehnen würde, die eine vorübergehende oder ganzzeitige Besetzung ihrer Gebiete durch Russland in Anbetracht ziehen. Auch vorübergehende Lösungen sollen nicht akzeptiert werden, damit meint man zum Beispiel, dass ein Waffenstillstand ausgehandelt wird oder eben alle Lösungen, die den Krieg nur verzögern oder verschieben, statt ihn beenden würden. Wichtig ist nämlich für die Ukrainer, dass sie einen Frieden bekommen, bei dem die nächste Generation keine Angst mehr haben muss, dass man in ein paar Jahren wieder im Krieg ist, nachdem die Russen sich wieder aufgebaut haben. Das wäre zum Beispiel mit einer NATO-Mitgliedschaft oder ernsthaften und verpflichtenden Sicherheitsgarantien möglich, oder eben, wenn die Ukraine beispielsweise Atomwaffen besitzen würde, so wie sie es ja einst schon einmal taten, auch wenn das jetzt etwas weit hervorgeholt wäre. Der Inhalt ist weiterhin nicht zu 100% klar, aber eins ist sicher, man möchte versuchen, Russland zum Frieden zu zwingen, denn alle Worte haben ja bereits keine Wirkung gezeigt und Russland akzeptiert nur die eigenen Forderungen. Momentan geht das auch, da der Westen weitgehend hinter den gezogenen roten Linien agiert und die Ukrainer alleine kaum die Mittel aufweisen, um einen so hohen Druck auszuüben, dass Russland auch andere Vorschläge akzeptieren würde. Das hätte zum Beispiel funktioniert, wenn die Ukrainer Kherson die Krim und Saporizia befreit hätten und dann beispielsweise noch entsprechendes Druckmaterial in der Hand haben. Aktuell sind es eher zerstörte Munitionslager, Öldepots, Raffinerien, Gebiet im Oblast Kursk und die hohen russischen Verluste, die etwas zum Druck auf ukrainischer Seite gegen Russland beitragen. Übrigens auch genau in dieser Reihenfolge, also die Priorität oder der hohe Druck entsteht eher durch zerstörte Munitionslager und Öldepots als auch Raffinerien und die russischen Soldaten kommen irgendwo ganz am Ende. Und somit sind wir auch schon bei Vule da. Hier ist gerade der aktuelle Brennpunkt Pokrovsk-Vurriade Vule da in den letzten Tagen abgelöst, da die Russen bei Pokrovsk kaum weiterkommen, bei Vule da aber erhebliche Fortschritte machen. Hier läuft die schwere Schlacht weiter. Im Norden haben die Russen bei Vodiane weitere Gebietsgewinne erzielen können. Ich habe auch Bilder von ukrainischen Soldaten, die sich von den Positionen an der blauen Stecknadel zurückziehen. Somit ist das Gebiet aufgegeben worden. Ähnlich sieht es auch im Westen der Stadt aus. Die Russen wurden hier ebenfalls auf halber Höhe zur Novo Ukrainka geolokalisiert und befinden sich nun recht nah an der Stadt. Wir haben hier zwei verschiedene Angriffe, die es zu unterscheiden gibt. Zum einen den Angriff auf und in der Stadt Vule da, der sich hier abspielt. Zum anderen sehen wir hier eine massive Frontverschiebung in Richtung Novo Ukrainka mit der 40. Marieninfanteriebrigade als auch der 5. Panzerbrigade und eine, die eben aus Vodiane kommt, in Richtung der Nachbarortschaft ausgeführt wird. Während die Ukrainer versuchen Vule da zu halten, rücken die Russen auf breiter Front vor. Eine Einkesselung ist ebenfalls noch möglich und die Ukrainer werden es sehr schwer haben, Vule da halten zu können, wenn die Russen in den Sektoren daneben weiter vorankommen. Den Druck müssen sie sich mal einmal vorstellen. Die müssen zum einen diese bedeutende Festung halten und schicken einen Teil ihrer Soldaten dorthin. Gleichzeitig dürfen sie die weniger befestigten Orte im Hinterland nicht verlieren, da sonst das Schicksal um Vule da ebenfalls besiegelt ist. Und dazu kommt vor allem noch, dass die Russen einen Kessel um Vule da bilden können, den man natürlich auch verhindern muss. Es gibt zwei Optionen für die Ukrainer, die mehr oder weniger gut auslaufen würden. Dabei muss man gleich sagen, dass einfach mehr Männer in die Stadt schicken, keine Option darstellt. Also Option 1, die Ukrainer schicken weitere Soldaten in das Gebiet, die die Sektoren um Vule da räumen und verstärken danach die Stadt. Das wäre sehr aufwendig, aber dennoch machbar. Option 2 wäre das Aufgeben der Stadt und das Zurückziehen der Soldaten auf bessere Stellungen bei den zwei Ortschaften im Norden. Was aber gar keinen Sinn macht, ist weiter zu halten, während die benachbarten Frontabschnitte zusammenbrechen. Also entweder Frontabschnitte an den Seiten halten und zurückdrängen oder die Stadt aufgeben und dafür eben die besseren Stellungen im Hinterland halten. Die Frage ist natürlich, wie gut diese Stellungen sind, denn darüber haben wir kaum Informationen. Was wir aber wissen ist, dass Vule da eine sehr gut befestigte Stadt ist, die man auch aus diesem Grund nicht verlieren möchte. Aber es wäre immer noch besser, als alle Einheiten in Vule da zu verlieren und dann zu wenige Leute für die Verteidigung im Hinterland zu haben. Auch wenn die Schlacht weiter durchläuft und Vule da noch nicht verloren ist, bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Lassen Sie gerne ein Abo, Like oder Kommentare und bis zum nächsten Lagebericht. und bis zum nächsten Mal. اف